Herzlich willkommen und frohe Weihnachten! Weihnachten steht unter dem guten Stern von Bethlehem. Fastenopfer geht mit einem neuen Stern als Fastenaktion ins neue Jahr. Und wir denken gerade, weil es uns gut geht hier in der Schweiz, an Menschen, denen es weniger gut geht. An Menschen in Haiti, dort gab es ein Erdbeben, an Menschen in Madagaskar, dort gab es eine Dürre, Hungersnot. Vielleicht können Sie für diese Menschen etwas spenden. Freuen Sie sich und gehen Sie mit Ihren Lieben und Ihrer Familie gut ins neue Jahr. Freuen Sieger. Freuen Sieger.